Hey Kinder, was geht bei euch ab? Junge, heute Stream live auf Twitch, weil wir wollen auf einen Twitch-Kanal, ich verlinke hier unten den Kanal, ja. Wir fangen um 17 Uhr an, oder wollen wir? Fangen wir um 17 Uhr an, ja, ne? Wärl? Hattet mal das Headset auf mich. Ähm, ja, 17 Uhr geht's los, schaltet auf jeden Fall ein, wir spielen CSGO, vielleicht ein bisschen Kott, wahrscheinlich auch Brawlhalla und... Ich hab was vergessen nach irgendwas, warte kurz. Guck mal, der Baum ist immer noch da. Abgeschmückt zwar, aber wer hat schon Zeit, sowas zu machen? Ach genau, H1Z1 sollen wir noch spielen, fast, fast vergessen, wird ultra fett. Guckt auf jeden Fall rein, wahrscheinlich 24 Stunden, ja, von 18 Uhr bis 18 Uhr. Morgen haben wir so Augen, wird geil. Schaltet rein, ah, spendet, natürlich, ganz klar, alles, was ihr habt. Auf Wiedersehen, ciao.